Willkommen zu Potternanders Pommes Check aus dem Herzen von Gelsenkirchenburg von einem original Ruhrpott-Imbiss. Echt, ehrlich, authentisch. Carsten Heinz Richter isst Curry Heinz. Wir sind ganz in der Nähe der Schalk Arena. Hier gibt es herzhafte Potsche Gerichte für jeden Geschmack und vor allem Portionen, die satt machen. Hier gibt es die Currywurst mit K und Ö, ein echtes Original und 2010 sogar die beste Deutschlands nach eigenem Rezept im Metzgereibetrieb hergestellt. Es gibt noch eine Besonderheit. Ein Online-Shop und Wurst aus der Dose. Eine Weltneuheit. Curry-Streichwurst. Currywurst-Geschmack fürs Brot. Ob Frühstück, Pausenbrot oder zu Abend, würzig-deftig besonders auf Samenbrot. Kochwurst mit Currywurst-Geschmack. Dazu gibt es noch die Currywurst in der Dose, zwei gegrillte Bratwürstchen in hausgemachter Soße, der Klassiker. Mild und fruchtig. Wir sehen uns das Ganze einfach mal an. Kommt mit! Mild und fruchtig. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und da sind wir schon mitten live im Pommes Talk. Heute im Double Feature dabei. Die Jungs von Pommes Bude, folgt mal auf Instagram, haben uns hier getroffen in Nilsenkirchen beim Curry Heinz. Und haben hier eine grundsolide Currywurst Pommes Mayo gegessen. Wieder mal zum Niederknien mit einer echt tollen Soße. Und es gibt wirklich noch was Besonderes. Mal gucken, ob wir den Chef hier gleich nochmal erwischen. Kommt einfach nochmal ein Stückchen mit und bleibt dran. So, Curry Heinz hier in Gelsekirchen. Nur, wenn ich richtig informiert bin. Das war wahnsinns Genuss. Das hat richtig Bock gemacht. Das ist super lecker. Hier ist der Currywurst Pommes Talk in vollem Gange. Die Jungs von Pommes Bude haben hier schon die Gäste im Gespräch verwickelt. Der Chef ist ganz engagiert. Wir kriegen den Laden gezeigt. Was kann jetzt Schöneres geben? Mein absoluter Tipp für euch. Hier, der Curry Heinz. Absolutes Original im Ruhrpott. Von Portunander mit Bommes Bude für euch hier in Gänsenkirchen. Wollt ihr uns auch nochmal hören? Warte. Wollt ihr noch aufgehen? Ich würde da studieren. Wir haben gefüttert. Das war auch füttergeil. Das war schon. Das ist ja gut. Das ist gut von hier. Das gemacht das selber. Ja, das macht hier richtig Spaß. Also, hier ist echt das Leben pur. Das geht hier Schlag auf Schlag. Hier pulsiert das Leben. Hier kommen ständig neue Leute rein. Einfach hinsetzen, Currywurst Pommes essen, zuhören. Und dann schreibt das Leben hier seine Geschichten. Das ist echt original. Und ja, hier kannst du auf jeden Fall was erleben. Ja, man fühlt sich hier direkt wohl. Das ist ja absolut wie im Wohnzimmer. Natürlich alles blau-weiß dekoriert, wie sich das gehört. Und man kommt jetzt super leicht ins Gespräch. Hier bleibst du nicht lange alleine. Also, wenn du Ruhrpott willst, dann bist du hier auf jeden Fall genau richtig. Ach ja, wie gesagt, naja gut. Currywurst essen kannst du hier wie kein zweiter. Und ich will mal schauen, ob man hier die Streichwurst und ein paar Gewürze nicht noch mit nach Hause nehmen kann. Denn das will ich auf jeden Fall probieren. Wie schmeckt Currywurst aufs Brot, wenn es gestrichen wird. Ja, fast verquatscht, ne? So ist das. Schnute voll gesabbelt, ordentlich was gegessen. Tofte Typen, echter Kumpel. Hier der Curry Heinz in Gelsenkirchen. Ab geht's nach Hause. Und mein absoluter Tipp zu euch. Kommt hier in Pott, ab nach Gelsenkirchen. Und ansonsten, wenn Schalke Heimspiel ist, hierhin wird's voll. Also haut rein, euer Schrömi vom Pott anander. Ciao.